Das Jahr 2020 war ein sehr bewegtes und niederdrückendes Jahr für alle Menschen dieser Welt. Und nun verabschieden wir uns von ihm. Ein Jahr geht vorüber, voller Sorgen und Gesundheit und Wohlstand. Zurück bleibt die Hoffnung auf ein besseres, gesundes und erfolgreiches Jahr 2021. Ich wünsche euch für das neue Jahr eine Hand, die euch festhält, ein Netz, das euch auffängt, ein Schild, das euch den Weg weist und tausend Sterne, die euch den Weg erhellen. Kommt gesund und besinnlich ins neue Jahr mit guten Vorsätzen. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Eure Derea Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020